Paris, den 4. Mai 1900 Ihr Lieben, jetzt habe ich es fein gut gehabt. Nun ist mir wohl zum Mut. Zwei liebe Graue und ein lieben Vaterbrief. Habt tausend Dank. Dass ich euch einen so langen, lamoyanten Brief geschrieben habe, tut mir hinterher recht leid. Wisst, ich bin gerade in einer schweren Stimmung, die auch wohl noch einige Wochen andauern wird, bis ich das Hindernis genommen habe. Es ist etwas beim Malen. Dann kommt der Jugendübermut wieder über mich. Etwas Unangenehmes vorgefallen ist nicht im Geringsten. Auch fühle ich mich wohl und danke für Eisen. Wenn ich mir etwas zugute tun will, so hole ich mir eine Flasche französischen Rotwein für 60 Cent. Aber Mutting, die Geschichte mit Brandes und der Anekdote passt doch nicht auf mich, denn trotz dieses riesen Katzenjammers habe ich jetzt äußerlich ein höchst fideles Leben und lache viel. Nur hat der innere Mensch nicht viel Teil daran. Der verlebt eben die schwarzen, schweren Stunden, die mit der Kunst verbunden sind und ringt mit dem Engel des Herrn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir kennen jetzt einen ganzen Schwarm junger deutscher Künstler. Mit denen ziehen wir allwöchentlich über Land. Tanzen, rudern, singen in der Dämmerung deutsche Lieder sind überhaupt deutsch, was hier im Weltschlande von Zeit zu Zeit gut tut. Es ist ein prächtiger Schlag, zuverlässig, arm und kindlich. Sie sind sehr anders als die jungen Franzmänner. Sie sind mit Feuer bei der Sache. Da kommen eine Menge natürlicher, guter Anschauungen zu Tage, die einem das Herz erfreuen und erfrischen. Wisst ihr, Barbaren sind wir ja gegen die Franzosen und ich verstehe, dass sie uns als solche empfinden. Aber Kraft und Jugend sitzt dahinter. Man hört auch mal über den Lauf der Welt und ein Wort über Politik und Geschichte. Also Spaß macht es doch und den Jammer, den lässt man eben zu Hause. Sonnabend und Sonntag waren wir draußen bei Ulemans in Jeanville. Die alte taube Dame denkt nur daran, wie sie anderen Leuten eine Freude bereiten kann. So wollte sie uns diesmal die Schwelgerei eines wirklichen, echten Bettes genießen lassen und kochte mit eigener, liebevoller Hand für uns. Das genießt man doch sehr nach den sieben mageren Jahren. Dann haben wir eine schöne Ruderfahrt gemacht auf der Marne. Über uns blühende Bäume und Nachtigallen, denn der Frühling ist hier jetzt mächtig im Gange. Und wenn nicht von Zeit zu Zeit ein Lüftlein weht, so wirkt er betäubend mit seinen tausendfältigen Düften. Kennt ihr Klingers Radierungen, eine Liebe? Er isst es selber auf mehreren Blättern mit einer reizvollen Frau zusammen, inmitten eines Übermaßes von blühenden Kastanien. Die Leidenschaft in den Blättern, die duftgeschwängerte Luft, das ist französischer Frühling. Geht man jetzt durch den Jardin de Luxembourg, so sitzt auf jeder Bank ein Pärchen und schnäbelt sich. Es ist eine andere Schnäbelei als unsere deutsche. Lachender, weniger sentimental und etwas zerstreut. Es sieht aus, als ob beide Teile schon wieder andere Rendezvous im Sinne hätten. Wieder habe ich von Paris etwas Schönes gesehen. Den Montmartre. Großartig beherrscht der Berg die Stadt. Auf steiler Straße zwischen kleinen Häusern steigt man zu ihm hinauf. Alte Frauen sitzen vor den Türen und flicken und die Jungen werfen die Augen rechts und links, denn hier ist wieder ein Malerviertel. Schließlich kommt man auf einem kleinen Markt, die Hühner laufen über den Weg. Dann steht man vor der schönen Kirche Sacre Coeur, die ernst auf das bunte Paris hinabschaut. Wir betrachten sie abends halb neun. Es wurde das Abendgebet gesprochen, hier und da ein Lichtlein, der rötliche Schein, der ewigen Lampe und tiefes Schweigen. Wir speisten zu Abend im Refektorium unter lauter alten Bettschwestern. Die eine, Valentin, 80 Jahre alt, mit furchtbaren Minen und Gesten, wollte uns sogar bekehren. Die ist aber auch erst vom geworden, als alles andere nicht mehr ging. Sie fragte uns nach unseren Petit Non und wollte uns nie vergessen und liebte uns trotz alledem, nahm jede unserer Hände zwischen ihre zwei großen, fleischigen und schlurfte von dannen. Ich fange an, Paris zu überwinden. Ich finde mich selbst wieder und meine innere Ruhe. Habe in den letzten Wochen schöne, volle, tiefe Tage gehabt. Die Eindrücke werden einzelner. Man rückt ihnen näher und kann sie gesammelt in sich aufnehmen. In den ersten Wochen meines Hierseins jagte ein Eindruck den anderen. Sie ängstigten mich in ihrer ungeheuren Zahl. Nun werden es allmählich alte Liebe Bekannte, die einen nicht mehr aus der Fassung bringen. Ich habe das schöne Gefühl, dass ich tüchtig weiterkomme, mich nach anderen Seiten hinstrecke und wachse. Das ist ein tiefes, ernstes Glücksgefühl. Paris, den 15. Mai 1900 Also, ich bin in der Ausstellung gewesen. Dreimal. Sie ist noch schöner und lehrreicher, als ich mir je gedacht habe. Kolossal lehrreich. Das Schönste sind die Franzosen. Cotette, Simon, Jean-Pierre. Die haben miteinander gemeinsam eine ungeheure Tiefe der Farbe. Sie schildern die Bretagne. Aber wie? Wir Deutschen stehen daneben etwas spießbürgerlich und viel Listerhaft. Viel Begeisterung und Eifer und zu wenig Studium. Den Cotette habe ich besucht. Ein feiner, rothaariger, rotbärtiger, urgesunder Mensch voll tiefen Empfindens. Als er einmal an mein Viertel klopfte, war ich leider nicht zu Hause, sondern fand nur sein Autogramm. Ich gehe aber noch einmal hin. Wisst ihr, die paar französischen Großen sind ganz ohne Konvention. Sie wagen naiv zu sehen, man kann kolossal von ihnen lernen. Es ist wunderbar, wie ich jetzt Land und Leute mit anderen Augen betrachte. Abends im Akt wissen die Französlein vor Frühlingsgefühl und Frühlingsübermut gar nicht mehr wohin und singen ein Chanson nach dem anderen. Sie sind Champagner. Nur werden sie auch so leicht schal. Sehr gelungen ist jetzt die eine Ecke des Jardins de Luxembourg, wo die Studenten hausen. Pärchen neben Pärchen fristen sie da ihre Nachmittage. Und da sie in ungeheuren Scharen austreten, fühlt jedes sich wieder allein und unbewacht. Da sitzen sie unter den blühenden Kastanien, sagen nicht viel, denken nicht viel, träumen nicht viel. Ich komme aus dem Abendakt. Diese Frühlings-Mondschein-Nächter sind berauschend. Die ganze Rapiniere jauchzt Frühling. Mandoline und Geige klingt, selbst ein Cello lässt sich hören und ein Deutscher singt Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. Dazu leuchten die weißen Kastanienblüten aus dem Nachbargarten und der liebe Mond. Und vor mir stehen duftende Maiglöckchen und zwischen all dieser Pracht freue ich mich auf die Heimat. Hier ist alles so hell, dass ich oft ganz ungeduldig werde. Bei uns ist der Klang tiefer gestimmt, voller, ernster. Tagebuchblätter aus Paris Wenn ich erst malen kann. Vor vier Wochen wusste ich es so genau, was ich wollte. Ich sah es innerlich vor mir, ging damit herum wie eine Königin und war selig. Jetzt sind wieder Schleier gefallen, graue Schleier und verhüllen mir die Idee. Ich stehe als Bettler vor der Türe, fröstelnd, und flehe um Einlass. Geduldig, Schritt für Schritt zu gehen, ist schwer, wenn man jung ist und verlangt. Und dann fängt es menschlich an, mir zu tagen. Ich werde Weib. Das Kind beginnt das Leben zu erkennen, den Endzweck des Weibes und Harret seiner Erfüllung. Und ich gehe durch die Boulevards und Scharen von Menschen begegnen mir und in mir ruft es, so etwas Schönes, wie ich es noch vor mir habe, habt ihr alle, alle, alle nicht. Und dann ruft es, wann wird es kommen, bald? Und dann spricht die Kunst und will noch zwei ernste, ungeteilte Jahre der Arbeit haben. Ernst ist das Leben und inhaltvoll und schön. Ich bin seit Tagen traurig, tief traurig und ernst. Ich glaube, die Zeit des Zweifels und des Kampfes wird kommen. Sie kommt in jedem ernsten, schönen Leben. Ich wusste, dass sie kommen musste. Ich habe sie erwartet. Mir wird nicht Bange davor. Ich weiß, sie wird mich reifen und weiterbringen. Aber mir ist so ernst, so schwer, ernst und traurig. Ich gehe durch diese große Stadt. Ich blicke in tausend Augen. Ganz selten finde ich da eine Seele. Man winkt sich mit den Augen, grüßt sich und ein jeder geht weiter seinen einsamen Weg. Aber man hat sich verstanden. Die Schwesternseelen hielten sich einen Augenblick umschlungen. Dann gibt es aber noch andere, mit denen spricht man viele, viele Worte und man lässt das Bächlein ihres Geredes über sich fließen und hört den Brunnen ihres Gelächters und lacht mit. Und in der Tiefe fließt der Sticks tief und langsam und weiß nichts von Bächlein und Brunnen. Ich bin traurig. Und um mich her lagern schwere, duftdurchschwängerte Frühlingslüfte. Briefe an die Familie. Paris, den 27. Mai 1900 Liebe Schwester, sein Brief war eines pünktlichen Sonntäglings wert. Ich hatte es auch vor. Aber die Zeit wird jetzt täglich knapper. Ich fange an, in die Nächte hineinzuleben und behalte meinen Seelenfrieden nur in dem Gedanken, dass die Sache bald ein Ende hat und ich wieder ein Weilchen worps weder Weltabgeschiedenheit und innere Tiefe genieße. Ich führe jetzt nämlich einen unsoliden Lebenswandel. Ein paar Abende führte uns A.T. Vergangene Wege seines Pariser Junggesellenlebens. Und einige Tage waren wir mit unseren deutschen jungen Leutlein unterwegs, die sich treu und herzig inniglich an uns attachieren und uns eine liebliche Kameradschaft angedeihen lassen. Selbst froh, nach all den kleinen Pariser Dämlein zwei unerschütterliche gefunden zu haben. Für nächste Woche wird ein Fest geplant, beim kleinen Bildhauer Abecken und Schweizer Kuhmaler Thormann. Die beiden führen eine treue Ehe, die, wie sie beiderseits lachend versichern, nur dadurch intakt bleibt, dass sie sich von Zeit zu Zeit kloppen. Dies geschieht in vier fast leeren Räumen, einer Küche und einem Alkoven. Das wird also der Tummelplatz des Festes. Die Mädchen bringen die Butterbrote mit, die Männlichkeiten, Wein, Kerzen und Lampionbeleuchtung. Mandolinen und Gitarrenmusik, einen Topfkuchen, den Thormann Schwester liefert. Clara Westhoff und ich ziehen den Nachmittag vorher hin, um die Räumlichkeiten festlich zu schmücken. Eine neue Errungenschaft ist der Maler Hansen. Vor Natur ein schleswiger Bauernsohn hat er lange im Kunstgewerbe gearbeitet, kam in der Schweiz auf den klugen Einfall Bergpostkarten zu zeichnen. Jungfrau, Mönch, Alga mit drastischen Gesichtern. Kennst du sie? Sie waren auch in der Jugend veröffentlicht. Er nahm sie als schlaues Bäuerlein in eigenen Verlag und verdiente in einer Woche 10.000 Mark. Jetzt hat er die wahre Kunst auf seinem Banner und ein ernstes Streben. Dabei ist er in sich zurückgezogen, wie die Leute des Nordens ja alle. Die Ausstellung bietet immer neue Großartigkeiten. Wenn man oben auf dem Hügel des Trocadero steht, vor sich das Grand Rue, den Eiffelturm, die riesen Weltkugel, im Hintergrund die Stadt mit all ihren Türmen, dann möchte man ihr Fackeln und Freudenfeuer bringen. Es ist ein ungeahnter Überfluss und eine nie endende Fülle. Sie hat eine ungeheure Persönlichkeit, diese Stadt. Einem jeden gibt sie jedes. Du musst sie auch einmal schauen, Liebes. Doch nicht auf 14 Tage, das hat keinen Sinn. In 14 Tagen kann man sie nicht erfassen und verstehen. Man steht allem fremd und unbeteiligt gegenüber und holt sich diverse Kater über die Verderbnis der Menschen. Auch der Kunst stand ich völlig fremd gegenüber, den Franzosen selten. Da sitzt so vieles drin, was uns Germänlein nicht im Blute steckt. Wir sträuben uns dagegen. Es ist mir interessant zu sehen, wie mein Urteil sich allmählich gebildet hat, obgleich ich noch lange nicht annehme, dass es fertig ist. Was ist fertig? Und wann ist man fertig? Hoffentlich nie. So geht es auch mit allen anderen Anschauungen. Und wenn euch im Augenblick vieles konträr ist, so hofft nur, dass in einem Jahr, schon in einem Halben, sich vieles ändert. Paris, den 3. Juni 1900 Also das Fest. Es verlief von Anfang bis zu Ende in allgemeiner Glückseligkeit und Stimmung. Der Nachmittag vorher brachte die großen Vorbereitungen. Clara Westhoff und ich fabrizierten in den Festräumen einen Pudding mit Mandelgeschmack und einen mit Erdbeergeschmack und ordneten mit häuslicher Hand das Küchenfest-Inventor. Indessen malte die edle Männlichkeit Friese. Im Salon, der ganz mit weißem Papier ausgeschlagen war, entstand ein famoser Zentaurenfries. Im Alkoven, wo die verschiedenen Matratzen und Kissen gehäuft waren, ein Gefilde der seligen Fries. Stühle gab es nicht. An Räumlichkeiten gab es noch einen Empfangssalon und ein Toilettenzimmer mit lebensgroßem Spiegel. Dies der Tummelplatz der großen Fett. Alle Welt kostümiert, alle Welt guter Stimmung. Oder vielmehr auf Höhepunktstimmung. Tanz mit Mandoline und Gitarrenbegleitung. Künstlich waren aus starkem Draht zwölf Wandleuchter hergestellt. So prangte der Salon in Kerzenbeleuchtung. Als wir am Morgen, nachdem Ems Kaffeemaschine liebliche Dienste geleistet, die fünf Grundsteinflaschen unserer Burle zählten, ergab es sich, dass wir nur anderthalb Flaschen getrunken hatten. Das andere war alles Jugend und Trunkenheit ohne Wein. Das macht mir Spaß. Ein Heimweg in unserem Kostüm durch das morgendlich dämmerige Paris. Als ich in mein Kemenadlein kam, war es ganz hell. Draußen ein Rausch von blühenden Akazien, Vogelmorgenstimmen und gurrende Tauben. Ich legte mich lange nicht schlafen, obgleich ich frei von inneren Beschwerden und Herzaffektionen war. Nächsten Morgen, acht Uhr, großes Levé. Akademie. Um zwölf Uhr, Katerfrühstück in den Festräumen bei Frohmschnack. Und die Hauptsache schreibe ich euch zum Schluss. Am zehnten kommen die Worpsweda, Modersohn und Overbecks. Sie bleiben zehn bis vierzehn Tage und dann fahren wir miteinander heim. Hurra! Euch allen einen Kuss. Nach einem sonnigen Pfingstsonntag-Kirchenbummel, nach etlichen Ungemach wegen mangelhaften Omnibusverkehrs, kam ich etwas flügellahm zu Hause an. In solchen Augenblicken hat diese Stadt etwas Furchtbares. Man fühlt sich so machtlos ihr gegenüber. Was ihr nicht freiwillig mit überströmenden Händen hergibt, das ist ihr nicht abzuringen. Im Louvre, der auf längere Zeit wegen Umhängung der Bilder geschlossen war, sind neue Säle eröffnet. Ich gehe wieder trunken durch all diese Herrlichkeit. Ich bin sehr froh zu bemerken, dass mich dieses halbe Jahr im Verständnis der alten Meister ein gut Stück weitergebracht hat. Daran messe ich meinen innerlichen Fortschritt. Der Bildhauer Rodin hat eine Sonderausstellung eröffnet. Das große, ernste Lebenswerk eines Sechzigjährigen. Er hat das Leben und den Geist des Lebens mit enormer Kraft gebannt. Für mich ist er nur mit Michelangelo vergleichbar. Und doch steht er mir in einigen Sachen näher. Dass es solche Menschen auf Erden gibt, das macht es wert, zu leben und zu streben. Donnerstagabend, Tanz bei Bülier. Kennst du dieses große Tanzlokal des Quartier Latins, lieber Vater? Ein buntes Bild, unglaublich viel zu sehen. Studenten und Künstler, hübsch und lustig in ihren gelungenen Sammetanzügen und Schlapphüten, mit ihren kleinen Mädchen, von denen einige Radfahrhosen anhaben, andere Seidenroben und andere Sommerblusen. Es sind meistens Couturière und Blanchisseuse. Und dann gibt es eine eitle Kinderfröhlichkeit. Und um einhalb Uhr wird das Gas ausgemacht und die Leute gehen nach Hause. Weit in den Morgen hinein erstreckt sich das Kaffeeleben hier überhaupt nicht. Um zwei Uhr ist meist alles geschlossen. Und Montag kommen die Wobbs wieder. Das ist die Hauptriesenfreude. Überhaupt. Dort ist Allzeit mein Sinn. Ich kann euch sagen, manchmal dürste ich nach Heimat. Paris. Freitag. Ihr Lieben, ganz plötzlich ist Frau Modersohn gestorben. Der arme Mann ist mit den anderen nach Hause gereist. Nachdem er sie Jahre hindurch voll rührendster Selbstaufopferung gepflegt hatte, war der Himmel so grausam, sie ihm in seine Abwesenheit zu nehmen. Bis jetzt verstand er es noch nicht. Er sah alles, was sich um ihn her ereignete, gab Anordnungen, doch die furchtbare Wahrheit kann er nicht fassen. Ich komme so bald als möglich nach Hause. Wahrscheinlich bin ich Sonntag schon bei euch. Dies ist ein sehr trauriger Schluss meiner Pariser und auch meine nächste Wobbs Wederzeit wird schwer und traurig sein. Ich habe in diesen Tagen so viel von Modersohn gehabt. Auf Wiedersehen. Eure Paula Briefe an Otto Modersohn Paris, den 17. Januar 1900 In den hilflosesten Momenten, die ich hier in Paris verbracht habe, ließ ich meine Gedanken immer wieder nach Wobbswede wandeln. Das ist immer ein wundervolles Mittel, denn dann legt sich das Chaos und es kommt eine sanfte Stille über mich. Ja, Paris ist wundervoll, aber man braucht Nerven, Nerven und nochmals Nerven. Starke, frische, aufnahmefähige. Bin ich zu langsam und ungeschickt im Verarbeiten der einzelnen Eindrücke? Ich weiß es selbst noch nicht. Dennoch bleibe ich noch lange über den Frühling hinaus, denn man lernt hier auf Schritt und Tritt. Das Louvre, jedes Mal, wenn ich dort bin, fließt es wie reicher Segen auf mich nieder. Ich komme Tizian im Verständnis näher und lerne ihn lieben. Und dann eine süße Botticelli-Madonna mit roten Rosen hinter sich auf grünblauem Himmel stehend und Fiesole mit rührenden kleinen biblischen Geschichten so einfach erzählt, manchmal wundervoll in der Farbe. Ich fühle mich so wohl in dieser Gesellschaft von Heiligen. Von mir je sieht man fabelhafte Sachen in den Kunstläden. Ein Mann auf dem Felde, der sich die Jacke anzieht gegen helle Abendluft. Das war für mich das Schönste. Und die Lüfte, wenn man über die Seenbrücke geht, da flimmert es durcheinander von feinen, grauen, gelben und silbernen Tönen. Die hüllen das Geäst der Bäume ein. Die schönen Bauten stehen wundervoll tief dagegen. Einmal war ich in Jeanville, dort fließt die Marne. Es war ein trüber Tag, die Luft grau-gelb, das Wasser grau-gelber, trübe Wiesen und lange, kahle Pappeln. Das hatte einen eigenartigen Reiz. Ich gehe vormittags in eine Akademie Colarossi. Dort habe ich Korrekturen von Courtois. Der ist fein für die Valeur. Collin, der Anfang der Woche korrigiert, ist mehr für die Richtigkeit. Maler gibt es hier wie Sand am Meer. Darunter die originellsten Erscheinungen. Wenn man guter Laune ist, amüsiert man sich über alles. Nur wenn man schwach ist, kommen die Kater überein. Man sieht furchtbar viel Elend hier. Viel Korruptes und Degeneriertes. Ich glaube, wir Deutschen sind doch bessere Menschen. Paris, den 29. Februar 1900 Jetzt, wo man das Nahen des Frühlings in sich und um sich hat, da denke ich manchmal, in wie viel reinerer Gestalt es ihm vergönnt ist, in Wobbs Fede seinen Einzug zu halten als hier. Auch hier spürt man ihn ja auf Schritt und Tritt. Aber in diesem Riesenorchester spielen tausend Geigen. Man kann den Klang der Einzelnen nicht erfassen. Übrigens bin ich von Feilchendüften umgeben, die vielen Künstlichen gar nicht mitgerechnet. Von neuesten Bildern sieht man wenig. Die bleiben zum Salon und zur Ausstellung. Sehr interessierten mich ein paar farbige, figürliche Studien von Bonat, tief und einfach im Ton und kolossal zusammengehalten. Von Degas möchte man einmal etwas anderes sehen als Ballettösen und Absinth-Kneipen. Mir scheint auch, dass er das Naive in der Linie zu sehr sucht und dadurch maneriert wirkt. Aber er hat eben auch dies technisch- künstlerische. In mehreren Salons aller Schulte, wo man über die Schleppen des eleganten Paris stolpert, gibt es viel Süßes, Schlechtes und Seichtes. Ich denke eben immer noch, dass irgendwo Schätze begraben sind. In der kleinen Rue de la Grand Chumière hat der Colarossi seine Akademie heute eröffnet. Kleine, rumpelige, schmutzige, komische Baracken, denen es aber an Poeste nicht fehlt. Colarossi ist neben Julien die beste Akademie. Er selber ist früher Modell gewesen, spielt aber jetzt den Grand Senior und lässt beim ersten Schneider arbeiten. Er protegiert die Künste, die Professoren und die Eleven und hat meist montags ein Gesicht, als ob er sonntags was ausgegessen hätte. In diesen heiligen Hallen zeichne ich Akt. Morgens mit den Weiblein, abends mit den Männlein. Unter den Weiblein morgens gibt es viel raue Haare und ungeputzte Stiefel, einige kluge Köpfe und wenig Talent. Sie arbeiten wie das Herdenvieh, ohne Ahnung worauf es ankommt. Nachmittags schaue ich mir die Welt an oder arbeite hier in meinem grünen kleinen Atelier. Abends um 7 Uhr bei den Männlein. Bei den Männlein geht's noch komischer zu. Gibt es da wunderliche Gestalten? Eigentlich vernünftig wie bei uns zu Hause sieht kein Einziger aus. Sametanzüge, lange Haare, Hemdärmel, Handtücher als Schlipse und andere Eigenheiten haben diese Brüder in Apoll aufzuweisen. Galavorstellung, Bombardement mit Brotrinden, Hahnengeschrei, Katzenkonzert und allgemeine liebevolle Prügelei. Viele Yankees, viel Spanier, Engländer, einige Franzosen und Deutsche. Die Unterhaltungen sind oft eigenartig. Der Punkt, um den sich alles dreht, ist Elle. Wenn einer bei der Arbeit seufzt, heißt es gleich Elle gentille. Im Ganzen wird hier aber besser gearbeitet. Zwar mit wenig Auffassung, aber richtiger als bei den Fräuleins. Es steckt mehr Gesundheit und Kraft dahinter. Und was bei den Männern rowdy-mäßig wirkt, ist bei den Mädchen gleich unschön. Wir haben es, glaube ich, doch schwerer. Aber trotz alledem ist das Leben schön und ich fühle das, komme mit meiner Kunst weiter und bin froh. Ich bleibe hier so lange, wie ich kann. Und dann kann ich vielleicht ein wenig und komme wieder nach Wopswede. Des Sonntags machen Clara Westhoff und ich kleine Spritztouren aufs Land. Da ist es sehr fein. Hügelig, lange dürre Pappeln am Wasser, weiches, töniges Gras, das heißt bei bedecktem Himmel. Bei Sonne ist mir die Erde viel zu hell. Ich möchte dann alle Farben tiefer haben, satter und werde ganz ärgerlich bei dieser Helligkeit. Ich war gestern und heute in der Ausstellung. Diese Tage bilden einfach eine Epoche in meinem Leben. Alle Nationen sind wundervoll vertreten, aber das schönste für mich sind die Franzosen. Der Côté sagte mir, unser Volk ist eines der Dekadenz, aber einige Naturen leben innerhalb dieser Dekadenz unabhängig davon. Und das gestaltet ihre Kunst zu einer völlig eigenen. Und er hat Recht, wir kleben in Deutschland zu sehr an der Vergangenheit. Unsere ganze deutsche Kunst steckt zu sehr im Konventionellen. Otto Modersohn, das ist einer, der sich durch den Berg der Konvention hindurch gearbeitet hat. Die anderen verstehe ich vielleicht nicht und gebe mir keine Mühe. Denn ein Menschlein, das so im Wachstum begriffen ist, wie ich im Augenblick, das muss zuerst an seine eigenen Arme und Beine denken. Ich habe ziemlich schwere Wochen hinter mir. Ich habe mich so gequält, da war es mir gestern in dieser Ausstellung wie eine Erlösung. Ich glaube wieder an die Kunst, in ihrer ganzen Größe und auch, dass mein Feuerlein einst ein wenig Wärme geben wird. Auf der Akademie malt man fast ohne Farbe. Das A und das O sind die Valeur. Das andere ist alles Nebensache. Jetzt merke ich, wie viel ich da noch lernen muss. Ich dachte, die Valeur wären meine gute Seite, aber ich bin furchtbar ausgescholten worden. Zwei Wochen lang wird an einem halb lebensgroßen Akt gemalt, das heißt Licht und Schatten in den rechten Valeur hineingesetzt. Malen darf man das eigentlich nicht nennen, aber das Formgefühl wird dabei verfeinert. Überhaupt halte ich mehr von einem freien Menschen, der die Konvention bewusst von sich tut. Ich meine, er muss sie besessen haben und sich in Selbstzucht und Maß geübt haben. Dann kann er sich von ihr abwenden. Redet einer von Konvention, der sie nie besessen hat, da denke ich leicht, Fuchs, die Trauben hängen dir zu hoch. Mit dem sogenannten Ausleben ist es doch eine wackelige Sache. Doch weiter von der Ausstellung, wenn auch nur in Splittern, denn in mir purzelt noch alles durcheinander, wie im Kaleidoskop, durch das wir als Kinder schauten. Coutet hat ein Triptychon ausgestellt, vom Luxemburg angekauft, au Pais de la Mer, in der Mitte, beim Schein einer hängenden Lampe, Frauen und Kinder beim Abendbrot, mit traurig wartenden Gesichtern. Durch die Fenster schimmert blau das Abendmeer, links ein Stück Boot mit Schiffern auf stürmenden Wellen, rechts der abendliche Strand mit harrenden Frauen und Kindern, diese Tiefe der Farbe, dabei ornamentale Größe, gepaart mit zarter seelischer Auffassung. Ein anderer Coutet, ein Schimmel auf einer Abendwiese, ein dritter drei schwarze Frauen am Strande. Der Coutet selbst ist ein feiner Kerl, rothaarig, rotbärtig, voller Leben. Der Lucien Simon hat mir auch imponiert. Der hat ein eigenartig naives, gesundes Formgefühl und Velasquet-Töne in seinem Weiß und Schwarz, in dem Bilde Männer am Meere von Jean Pierre ist eine kleine Ecke, die drückt das aus, worauf ich strebe. Eine tiefe, farbige Leuchtkraft in der Dämmerung, farbiges Leuchten im Schatten, Leuchten ohne Sonne, wie im Herbst und Frühling in Wobbswede. Blauer Himmel, große, weiße Wolken dran und keine Sonne. Wie sehr ich mich auf die Heimat freue, das, was für mich das Schönste ist. Das Tiefe, das Satte in der Farbe sehe ich hier nicht. Es ist ein helles, heiteres, graziöses Land. Innerlich sehr nah treten mir die nordischen Völker, nicht so sehr durch die Art des Ausdruckes als durch den Geist, aus welchem sie schaffen. Finnland zeigt höchst originelle Formauffassung. Zwar stört mich jetzt ein wenig der Mangel an Konstruktion all dieser nordischen Menschen. Stört ist nicht der rechte Ausdruck, aber ich sehe ihn, während ich ihn früher nicht sah. Das ist ein Pariser Fortschritt, denn Konstruktion ist hier Schlagwort. Sigantini ist vertreten mit großen ernsten Bildern, ein wenig hart, aber aus tiefer Seele geschaffen. Ach, was ist man glücklich, dies alles schauen zu dürfen. Das Leben ist überall voll und schön und ich fühle es wundervoll vor mir liegen. Da will ich mich gerne schinden und plagen, wenn dann von Zeit zu Zeit meine Seele ein Abendlied singen kann. Mein Korbstuhl streikt. Er will diese sündige Hülle nicht länger tragen. Ich sitze nächstens auf der Erde. Überhaupt, was den Komfort des Lebens betrifft, kann ich manch fröhlich Liedlein singen, das lieblicher in der Vergangenheit als in der Gegenwart zu singen ist. Eine kleine Amsel habe ich auch, die zwitschert vor meinem Fenster und ein Gewitter hatte ich auch nach Sonnenschwüle und nun herrscht wieder Frühlingsregenduft. Auf dem Montre sind wir neulich gewesen. Da liegt die Kirche ernst über der großen Stadt und mahnt zu Buße in wundervollen Glockentönen. Und kleine deutsche Maler haben wir auch, mit denen wir tanzen und rudern und deutsche Volkslieder singen. Und eine ungarische Musikkapelle gibt es mit Walzern. Spottet aller Beschreibung. Sie spielen sogar unseren Worps wieder Dreifuß und Komm Kaliniken. Zweimal haben wir hier schon nächtlicherweise auf dem Asphaltpflaster getanzt. Die Leute hier tanzen los, wenn es ihnen Spaß macht. Die warten nicht wie bei uns in Worps Bede bis zum nächsten Schützenfest.